Oh ne, Alter, hier ist ein Creeper explodiert. Ich weiß nicht, wo der gespawnt ist. Der ist hier einfach gespawnt. Ich weiß nicht wie. Kannst du nochmal kommen, Spark-S***er, Alter, ey? Äh, joa, ich bin gerade hier noch fertig beim Bauen. Aber ich kann mal zurückgehen. Ich bin, ich habe das Dorf angeschlossen. Du bist direkt beim Dorf. Du kommst direkt nach dem Haus raus. Bräuchte ich nur noch Holzstufen. Und dann könnte ich auch die Seiten bauen. Dann könnt ihr einmal komplett durchrasen. Baby? Ja. Wo bist du? Was willst du? Was hast du mit mir gemacht, du Assi? Was habe ich mit dir gemacht? Okay. Was habe ich mit dir gemacht, Junge? Du hast irgendwas mit mir gemacht. Nein, habe ich nicht. Wo ist Revi? Der ist weiter in die Richtung nach hinten. Fahr ich in die richtige Richtung? Nein. Es ist wirklich einfach nur ein One-Way-Ding, Alter. Nicht mal, das kriegst du hin. Stark. Wo bist du, Revi? Im Dorf Cobblestone holen. Gisela, äh, Gitter, Alter. War das geil bei dir? Könnte besser sein. Du Sack, du hast mich verzaubert. Ich bin fast tot, ich bin Level 46. Du asozialer, hör auf, da irgendwas die Luft zu sprengen, Mann. Ich höre nur, dass du kommst, weil hier irgendwas die Luft fliegt. Digga, ich konnte es nicht schaffen. Ist das ein Raid? 7000 Zombies. Nein, das ist kein Raid, Junge. Raids gibt es nur mit Pillager. Die sind einfach ganz normal in der Wüste gespawnt. Es, Park, ich finde es so krass, dass du so ruhig bleibst, ne? Leute, meine Farm geht nicht mehr, oder? Die funktioniert gar nicht mehr, meine Farm. Die funktioniert nicht mehr. Guck mal hier, Alter. Oh, Scheiße, Alter. Die funktioniert nicht. Das ist ne Lüge. Scheiße, Mann, die klangt nicht. Max, hast du grad einen Zombie mit dem Bogen geschlagen? Ja, um mir abzuwehren erstmal. Digga, ich bin in einem F***ing Raid. Mein Gott, was der labert wieder, Alter. Guck bitte meinen Stream. Steht da ganz oben, Raid. Steht das da? Ich hab deinen Stream geschaut. Das ist kein Raid. Das ist ein ganz normal Zombies, die dann in der Wüste spawnen. Junge, der ist so behindert. Der rennt einfach durch die Wüste und kämpft und sagt, Max, ich liebe dich wirklich, ich liebe dich wirklich, Alter. Ich schwör. Junge, du hast meinen Stream. Die spawnen schneller als die sich schwöre. Ich guck grad deinen Stream. Es fehlt mir wirklich, Max, mit dir richtig vollgesoffen auf irgendeiner rotzigen, klebrigen Clubbank zu hängen. Weißt du das? Das fehlt mir gerade. Und dann gibt's immer so irgendeinen Verrückten von Level Up, der mit so einer überdimensional großen Flasche Wodka kommt und sagt, wir haben keinen Raid Bull mehr. Trink aus der Flasche Wodka. Und ich sehe so, wie Romata da vorher rausgetrunken. Und ich denke mir so, Alter, ich krieg davon Herpes. Es ist egal. Und dann trinke ich da raus. Und am nächsten Morgen wach ich auf und hab keinen Herpes. Und es ist mega geil gewesen, Alter. Das fehlt mir, Junge. Das fehlt mir. Ja, schön, das recht. Was ist das nächste Event? Wann ist das nächste TwitchCon endlich? Also zu meinem Geburtstag werde ich euch einladen. Das ist geil, ich komm. Sehr stark. Vor allem, ich hab auch gar nichts zu tun. Das ist das Geile als Student. Das ist halt wirklich nice. Das ist ne Lüge. Ich hab alle Slaps bis hier hinten verbaut und ich bin einfach da. Geil, nice. Oh, ich bin gleich tot. Romata, bist du echt da? Bist du echt da? Wo denn? Trimax hat vier Herzensschaden von einem Kaktus bekommen. Ja! 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 Ich kann meinen Kuchen nicht essen. Du musst den Kuchen auf den Boden platzieren und nach rechts klicken. Du musst besser eine Gabel benutzen. Ich esse meine Hose, meine Fleisch. Hast du eine Gabel gecraftet, Max? Hast du eine Kuchengabel? Es gibt keine Kuchengabel. Es sind drei Explosionscreeper direkt vor mir. Explosionscreeper, ja! Ja! Geil, einfach nur geil. Das ist so geil. Das ist so geil, dass der so behindert ist. Boah, ich lieb das. Nein, der Creeper! Du bist ein Sch... Assi bist du. Guckst dir an. Fast nichts kaputt gegangen. Nur rohes Schweinefleisch, rohes Hühnchen. Junge, er macht hier seine Diät an. Er redet von seinem Sch... Mittagsplan. Irgendwie hier am Schuften sind. Ich könnte kotzen. Der Typ bringt mir zu kotzen einfach. Boah, diese Farm, ey. Wenn sie doch nur funktionieren wird, Leute. Sch... Alter, guck mal. Boah, so ineffizient das Ding. Wirklich. F***. Wenn die nur funktionieren würde, ey. Sch***, Mann. Ich hab ein Hasenfell. Ey, guck mal, Romantra, man kann's das nicht ausdenken, ne? Wie ist wirklich so... Die ganze Zeit irgendein random F*** hat er angeschleppt. Äh, ich hab... Ich hab die Nase von einem Villager. Es würde mich nicht wundern, wenn plötzlich Max sagt, hab einen Creeperkopf. Weil den kann man nämlich auch bekommen bei einem Drop. Die, äh... Die... Die Kite... Die Kite... Die Kite... Die Charged Creeper, ne? Echt jetzt? Alter, hab ich das gesehen? Ich hatte gerade mein geilstes Minecraft-Erlebnis aller Zeiten. Hast du eine... Hast du eine sexy Villagerin gesehen? Hör auf! Was machst du denn hier? Ey, sagst du, das ist geil? Nein! Mach den, ich wills auch sehen. Wir wissen, was ich gemacht habe. Der buddelt hier die ganze Ehe. Einfach um. Max, hör auf! Hier warst du halt die Schlucht laufen zu lassen. Wie ein Wasserfall. Ja, ein Riesenwasserfall. Verpiss dich in die Schlucht. Oh, ja, geil. Das hab ich gebraucht. Ich will in der Achtung sagen. Das hab ich gebraucht. Das. Danke. 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 Ich bin im Bett. Danke. Ich fasse es nicht, Rebi. Ich mach mich wie 11.0. Ich krieg mir meine Sachen. Ich hab die ganze Dier-Farm. Ich hatte 15 Diamanten im Rucksack. Ich war da mit 28. Im Rucksack hat er sie gehabt. Juck. Ich hab so... Ich hatte 28 Diamanten. Die dürfen auf gar keinen Fall despawnen. Romada, gehst du kurz runter? Oder Spark, gehst du kurz runter? Du bist ja da runtergesprungen, Alter. Ey, Max, komm. Allein für den Moment. Dieser Moment beschreibt das komplette Erlebnis. Ich dachte wirklich so. Irgendwie, äh, weiß nicht. Du fragst mich an und dann kann ich irgendwas drücken, dass ich nicht runterfalle. Aber ich war so lange im Freien. Ach ja, Max, ganz wichtig. Wassereimer. Wassereimer. Du hast die Sneak-Taste, glaube ich, auf U gelegt. Ja. Woher weißt du das? Bitte nicht. Dein Chat hat mich damit terrorisiert. Ich hab keine andere Taste frei. Ich hätte sonst noch... Was hast du denn auf der Shift-Taste? J und K. Was hast du denn auf der Shift-Taste? Shift ist großschreiben. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du an Blockkanten bist, dann kannst du da nicht runterfallen. Max, die 30 Level farme ich dir gleich in meiner Mobfarm. Hast du in zwei Minuten wieder drin. Es war einfach nur für den Moment. Es tat mir... Es tut mir wirklich... Es tut mir wirklich leid. Wir machen nächstes Mal genau hier weiter. Nee, wir bauen jetzt die Autobahn noch bis zu Ende. Bitte. Ich frage mich, warum wir 17.000 Zuschauer sind. Ich hab seit einer Stunde nichts gemacht, außer Eier um die Gegend geworfen. Ja, das ist geil. Kann ich was versuchen? Ja, bitte. Kann ich in Wasserfall hochschwimmen? Ja, ich versuch das. Boah, das ist heute wie ein richtig geiler Stream, Alter. Ich hab wieder so viel Spaß, Leute, ehrlich. Oh mein Gott, da hinten sind Ender-Pferde. Was? Was sind da Ender-Pferde? Das sah auf Distanz so aus wie so mit Lila und so, weißt du? Ja. Oh, hier vorne sind Pillager, Leute. Wir könnten hier ein Raid bei dem Dorf machen. Was sollst du die Bahn fertig machen, oder? Was sollst du die Bahn fertig machen, oder? Was sollst du die Bahn fertig machen? Mach das mal. Warum? Wollen wir machen? Nee, nee, nee. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, Leute. Ich würde erst mal die Bahn fertig bauen. Kein Bock eigentlich gerade drauf. Nee, ich würde erst mal... Wir haben noch andere Möglichkeiten. Max, wenn du ein Raid willst, dann kill einfach... Nein, ey, Digger. Spark, sowas kannst du ihm noch nicht sagen, Mann. Der verreckt dann wieder und sagt, ich bin off. Und das war's. Dann hängen wir wieder mit der Sch*** hier. Wir müssen den... Max, auch Max, Junge, warum? Der läuft weg. Ja, Sch***, der läuft weg. Ist egal, komm. Nein, bin ich ja nicht gewohnt, dass es hier einfach ruhig ist. Junge, Max hat ein Raid getriggert. Ich hab eigentlich ein bisschen Bock auf den Raid, muss ich sagen. Ich hab eigentlich keinen Bock, weil ich kein Equipment hab. Ist egal, ich sagst du was... Der rennt jetzt weg. Max, ich bring dich um, wenn du jetzt abhaust, ne? Vor allem, wie er gelacht hat. Max? Warte, warte, warte. Ich nehm du mal, ich mein Inventar ist komplett voll. Ich hab noch diese Sachen von Tryndex. Was ist diese Penner, Alter? Ja, no, sie ist despawned. Sie ist gebackt. Da, jetzt. Ah ja, hier unten. In der Höhle, das sehe ich. Ich sehe sie. Ich sehe dich nicht mehr. In welcher Höhle? Da, wo Max gestorben ist. Wo Max gestorben ist, wo ich getötet wurde. Komm mal her, Romatra, komm mal her zu mir. Ja, ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Wo denn? Geil, Alter, wie das funktioniert. Komm mal her, guck mal. Da unten, seht ihr sie? Mehr Spieltexturenpaket. Wo unten in einem Dings ist drin. Seht ihr sie? Ach, jetzt sehe ich sie, als weiß sie gestalten. Oh, lol. Ja, ja, ja. Die werden durch ausgeleuchtet. Ich hab ihn, ich hab ihn. Er wird sterben. So, Wave Nummer 2 wird gleich kommen. Genau, aber der wird höchstwahrscheinlich an der Oberfläche eigentlich erscheinen. Hoffen wir doch. Romatra, grüß dich gerade zum ersten Mal Minecraft zu. Erstens, dein Texturenpaket sieht sau soft aus. Wieso, wieso, wieso? Was sieht derbe soft aus? Sau lässig aus. Und erstens, und zweitens, du spielst wie Scheiße, also ohne Begriff. Ja, ist richtig. Hallo da. Oh, Scheiße, Alter. Was machst du denn hier, Bruder? Wie geht das? Raus bei Gitter aus dem Boot, Junge. Achtung, wir haben richtig großen Illager Beast am Start. Get down, Junge. Oh, der Raid ist vorbei. Ja, war ein Easy Raid, war ein Easy Raid. Geil. Es fehlt nicht mehr viel, Leute. Es fehlt nicht mehr viel, wirklich. Wir schaffen das heute noch. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, euer Support momentan ist insane. Minecraft, aber jeder Blog ist Trimax, hat jetzt auch in Echtzeit 400.000 Aufrufe. Das ist krass, das Video von gestern, das von der Gamescom, glaube ich mittlerweile auch. Das ist nice. Insane momentan, Community, wirklich. Und Max wird so ausrasten, weil ich seine ganze Scheiße durchbuddelt habe, aber es juckt mich gar nicht, Alter. Komplett egal, was der wieder sagen wird. Wir spawnen, wir spawnen teilweise irgendwelche Monster drauf, ich verstehe nicht warum. Wenn es beim Leuchtturm ist. Alter, nee. Oh, Hilfe! Ich, eine Zombie, das ist jetzt ein anderer Raid, das ist ein Zombie Siege. Was ist das? Und da spawnen extrem viele Zombies in einem Dorf. Der Bau der Autobahn ist jetzt jeden Moment. Drei, zwei, eins. Vervollständigt, ja! Oh Gott, oh Gott! Ja, geil, Alter! Geil! Nein, das muss ich neu machen. Mach nochmal. Nee, 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 ist egal. Komm, einsteigen und losfahren. Autobahn, Autobahn fahren. Hierhin setzen das Ding. Einsteigen ins Boot. Oh ja, warte, 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 warte. Wir fahren einmal vor und zurück. Die Autobahn, Alter. Ich baue mir eine Autobahn iced out, Junge. Sowas von ist komplett fertig, Junge. Let's go. Okay. Achtung. Einmal den kompletten Weg. Warte, können wir die Zeit stoppen? 360, turn around. Warte, 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 ich stoppe die Zeit. Okay, okay, gut. Wir ziehen Vollspeed durch, ja? Okay. Ich go, du machst los. Eins, zwei, drei, go. Okay, schnell die Kurve driften. S***. Bisschen, bisschen falsch gefahren. Andere Kurve driften. Okay, besser genommen. Jetzt Fullspeed auf der geraden Strecke. Alter! Killer, Junge. Oh mein Gott. Keiner kann uns damit irgendwas. Boom, Junge. Sieht man das, Junge? Sieht man das, wie das Ding iced out ist, Alter? Ey, das geht so schnell rum, Alter. Guck mal. Zack, und wir sind da. Drei, zwei, eins. Stopp! 35 Sekunden. Alter, boom, Junge. Boom. Ehre, Alter. Wie viele Blöcke sind das? Wie viele Blöcke sind das? Wir fahren nochmal zurück. Wir fahren nochmal zurück. Dann zeige ich euch nochmal die Mob-Farren. Achtung. Digga, das ist insane, Alter. Freaking Magic. Sieht man das, Leute? Sieht man das, diese Autobahn? Ey, Digga, das ist gut. Das ist gut. Das ist ein Düsi an Blöcken. Guck mal. Let's go. 1000 Blöcke in 35 Sekunden. Keiner kann uns was. Zack, und es steht. Gut. Ich hab's. Einmal platzieren und dann wollen wir mal gucken, ob die sich... Aha. Fire Protection. Buh. Deck abbauen, widersetzen, bis was haben. Buh. Ja, kann halt ein bisschen dauern. Feather Falling 3 ist nice. Brauchen wir jetzt nicht. Bookshelf. Buh. Komm. Du willst doch auch. Komm, gib. Gitter, jetzt mach doch mal nicht so einen Kotten, Alter. Lure 3, verpiss dich jetzt, du dumme Sau. Okay, die ändert sich grad nicht, die ändert sich grad nicht. Wahrscheinlich ist es zu spät. Müsst du am nächsten Tag probieren. Timeset 0. Mir ist jetzt egal. Ich will das jetzt machen. Kein Bock mehr. Yes, wir haben's. Okay, nice. Für sieben Emeralds und ein Buch. Das ist ultra billig. Okay, wir haben noch zwei Emeralds. Ich brauche noch zwei Emeralds. Wo kriegen wir zwei Emeralds her? Bleib kurz hier. Ich trade kurz oben bei den Villagern irgendwas, dass wir sie saveen. Nicht dieses Ding abbauen. Also sieben, Normalpreis wäre zehn, sieben Emeralds für ein Vendingbuch. Das ist so billig, ne? Ja, Gitter ist auch eine dumme, billige, Alter. Dafür ist sie ja bekannt im ganzen Dorf. Sie hat auch damals, ist ja auch egal, was sie gemacht hat. Gitter, du geile. Komm, Gitter, komm her. Okay. Da liegt das Buch, hinter dir. Boom. Boom. Ich komme jetzt an mit Gitter. So, Romadra, Bett. Macht ihr so eine kleine Zelle mit Work, Tisch und allem Möglichen. Genau. Schon geil, die Farm, oder, Romadra? Die ist schon geil. Ist sehr belohnt. Ja. Und jetzt könnt ihr immer mehr traden und die kann ihre Angebote refreshen, indem sie am Worktable arbeitet. Geile Sau bist du, Gitter, wirklich. Geil, Alter. Wir haben ein Vending geschafft. Wir haben eine Autobahn. Ich würde sagen, wir fatzen los. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Gut. Wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen uns morgen wieder.